Kennst du das auch? Oh, erstmal eine schöne Dusche nehmen von diesem stressigen Tag. Hey, wieso kommt da kein Wasser? Ist die Wasserleitung mal wieder verstopft oder so? Oh, ach gut, dann werde ich halt bei meinem Freund duschen müssen. Ach, das darf doch wohl nicht wahr sein. Kennst du das auch? Hm, 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 hm. Ah, vielleicht ist jetzt was Gutes drin, mal gucken. Ah, nee, nee, leider wieder nix. Okay, dann. Ja. Ah, mal sehen, ob jetzt was Gutes drin ist. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Die Kiste wurde nicht aufgefüllt. Kennst du das auch? Oh, eine Wasserrutsche. Die möchte ich gleich hinunterrutschen. Hui. Ah, ein schönes Erlebnis. Kennst du das auch? Oh, eine Truhe, die möchte ich so gerne öffnen. Oh nein, TNT, 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 TNT. Kennst du das auch? Oh, da ist ja Gold, da ist ja Gold. Bauen wir einfach mal weiter, vielleicht finden wir ja dann noch hinten irgendetwas. Bauen wir einfach mal weiter. Hm. Oder hinten ist ja Diamant. Da gehe ich ja einfach gleich weiter. Was hat mich da in die Luft gesprengt? Ich... Drei eer Fairy... Ich bin gleich precies.